In diesem Video stelle ich dir die wichtigsten Neuerungen von Contao 5.6 vor. Werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf den offiziellen Release-Plan. Mit der Veröffentlichung von Contao 5.6 entfällt der Support für die vorherige Version Contao 5.5. Zeitgleich startet nun die Entwicklungsphase für die kommende LTS-Version Contao 5.7, welche dann im Februar 2026 veröffentlicht wird. Kommen wir nun zu den neuen Funktionen von Contao 5.6. Starten wir mit dem neuen Seitenlayout, basierend auf Twig mit Slots. Bei der Konfiguration des Layouts steht dir nun das neue Twig-Layout mit Slots zur Verfügung. Das alte HTML5-Layout kannst du weiterhin noch wählen und steht dir noch für alle 5 Versionen zur Verfügung, was das Update natürlich deutlich vereinfacht. Bei der Auswahl des neuen Twig-Layouts fällt sofort auf, dass kaum noch Einstellungen im Backend vorhanden sind. Denn künftig erfolgt die gesamte Konfiguration direkt im Template. Das ist flexibler, zukunftssicherer und erlaubt unter anderem auch die Versionierung von Templates, zum Beispiel per Git. Zudem erleichtert es die Wiederverwendbarkeit der Templates in anderen Projekten und Installationen. Anstatt des alten FE-Page-Template wird nun das Twig-Template Page Regular verwendet und die Layout-Bereiche werden jetzt über Slots definiert. Die verfügbaren Slots, die hier zur Verfügung stehen, werden im Template definiert. Dazu verwendest du am besten das Template Studio. Im Template Studio gehen wir hier ganz ans Ende und hier gibt es den Ordner Page. Darin liegen die Dateien HTML-Boilerplate und Regular. In der HTML-Boilerplate befindet sich das Grundgerüst unserer HTML-Seite. Darin befinden sich dann wieder die verschiedenen Blöcke, die wir nun über die Page Regular füllen. Im Template Regular sind die bekannten Slots für Header, Main und Footer bereits definiert. Dieses Template kann nun an die entsprechenden Bedürfnisse angepasst werden und wir können zum Beispiel hier weitere Slots ergänzen. Nehmen wir an, ich möchte hier einen zweiten Footer für die Copyright-Zeile ergänzen. Dann würde ich eben ein neues Template erstellen. Hier überschreibe ich dann nur den Block Body. Zusätzlich ergänze ich jetzt meinen neuen Slot. Diesen nenne ich Slot Copyright. Und darin definiere ich eben jetzt diesen Slot-Platzhalter. Der neue Slot wird nun automatisch erkannt und ich kann ihn dementsprechend verwenden. In der Konfiguration des Templates gibt es auch keine Einstellung mehr für Style Sheets oder JavaScript-Dateien. Auch diese Assets musst du in Zukunft direkt über das Template ergänzen. Um nun Style Sheets oder JavaScript-Dateien zu ergänzen, kannst du die entsprechenden Twig-Funktionen, in dem Fall das Add-Tag von Twig, verwenden. Du kannst nun Inhaltselemente direkt im Siem verwalten. Dazu gehst du einfach auf das neue Icon für die Inhaltselemente und ich habe hier bereits ein Bildelement ergänzt. So kann ich zum Beispiel nun ganz einfach das Logo direkt als Inhaltselement erstellen. Zur besseren Übersicht kannst du auch hier noch einen Titel vergeben. Dies ist allerdings nur für das Backend wichtig, um die Übersichtlichkeit zu behalten. Im Layout selbst stehen dir jetzt nun beide Elemente zur Verfügung. Zum einen kannst du aus den Inhaltselementen wählen oder aus den Frontend-Modulen. Das heißt, ich könnte hier jetzt auch mein Logo direkt über das Inhaltselement einbinden. Dieses Feature ist nicht nur praktisch, sondern es ist auch eine wichtige Grundlage für den geplanten Wegfall der Frontend-Module. Denn in Zukunft wird es keinen Unterschied mehr zwischen Frontend-Modulen und Inhaltselementen geben. Der große Vorteil ist, dass du in Zukunft jeweils selbst entscheiden kannst, ob ein Element direkt im Layout eingebunden wird oder einfach nur auf einer einzelnen Seite direkt im Artikel. Weitere Details dazu findest du auch im Rückblick zum Entwicklertreffen 2025 auf contau.org. Ebenfalls neu sind die Passkeys im Frontend. Das heißt, unter Contau 5.5 wurden Passkeys für das Backend eingeführt und nun steht diese Funktion auch im Frontend für den Mitglieder-Login zur Verfügung. Um Passkeys im Frontend zu nutzen, gibt es die zwei neuen Inhaltselemente Login-Formular und Passkeys verwalten. Und hier siehst du auch schon gleich den Vorteil der neuen Inhaltselemente, die eben jetzt nicht mehr zunächst als Modul angelegt werden müssen und dann hier inkludiert, sondern du kannst eben jetzt dieses Inhaltselement direkt verwenden und auf deiner Seite einbinden. Sobald du dann das Modul eingebunden hast, lässt sich der Passkey beim Mitglied hinzufügen. Wie bereits bekannt, vergibst du dann noch einen Namen für diesen Passkey und speierst das Ganze ab. Ab sofort kannst du dich mit Passkey einloggen. Und auch hier nochmal kannst du den Passkey, wenn er nicht benötigt wird, mehr löschen oder dementsprechend einen weiteren Passkey hinzufügen. Neu ist auch das Job-Framework. Mit einem Klick auf das entsprechende Icon landest du hier bei den Jobs und siehst hier beispielsweise, dass der Neuaufbau des Backend-Suchindex abgeschlossen ist. Das ist jedoch erst der Anfang. Das Job-Framework ist nicht nur für den Contao Core entwickelt worden, sondern kann in Zukunft von allen Contao-Erweiterungen genutzt werden, um deren Jobs eben hier im Backend anzuzeigen. Beim Suchindexer von Contao gibt es ebenfalls eine Neuerung. Und zwar kannst du nun unabhängig vom Robots-Tag einstellen, ob die Seite indexiert werden soll oder nicht. Dazu gibt es jetzt eine neue Einstellung und zwar hier im Bereich unter Experten-Einstellungen. Hier kannst du eben einstellen, ob der Suchindexer immer indiziert oder nie indiziert. Bisher konntest du nur Ergebnisse vom Suchindex ausschließen. Nun ist auch der umgekehrte Weg möglich. Das heißt, du kannst Seiten, die auf No-Index stehen, trotzdem für den Contao Suchindexer auf Immerindexieren stellen. Analog zum Seitentyp Newsfeed gibt es jetzt auch die gleiche Funktion für den Kalenderfeed. Das heißt, du pflegst den Feed nicht mehr direkt über das Kalenderarchiv, sondern du erstellst eine neue Seite vom Seitentyp Kalenderfeed. Sollst du bereits einen Kalenderfeed haben, dann wird dieser automatisch hier auf den neuen Seitentyp Kalenderfeed migriert. In Sachen Performance und Cookies hat sich ebenfalls etwas verbessert. Und zwar konntest du bei Bedarf auf die abgespeicherten Formulardaten mit dem Insert-Tag FormSessionData zugreifen. Nachteil dabei ist, auch wenn der Zugriff nicht benötigt wurde, das heißt, du das Ganze nicht abgefragt hast, dann wurden die Daten trotzdem in der Session abgelegt. Das hat sich zum einen negativ auf den HTTP-Cache ausgewirkt, zum anderen wurde dadurch ein Cookie erzeugt. In Zukunft kannst du selbst steuern, ob eben diese Session erzeugt wird oder nicht. Dazu kannst du dein Formular bearbeiten und entsprechend die Checkbox setzen oder entsprechend entfernen. Für alle bestehenden Formulare wird die Auktion automatisch aktiviert. Das heißt, wenn du das Ganze nicht benötigst, müsstest du den Haken entfernen. Für alle neuen Formulare wird die Checkbox automatisch nicht mehr gesetzt. In Sachen Barrierefreiheit und Zugänglichkeit hat sich in diesem Release ebenfalls wieder etwas verbessert. Und zwar kannst du ab sofort bei den Formularfeldern einen zusätzlichen Hilfetext hinterlegen. Sobald dieser hinterlegt ist, wird dieser dann auch an der entsprechenden Stelle unterhalb des Formularfeldes ausgegeben. CSS-technisch kannst du das Ganze natürlich wieder selbst formatieren, wie es für dich passt. Ein wirkliches Highlight in der Version 5.6 ist das neue barrierefreie Navigationstemplate. Dazu wechselst du einfach bei deiner Standard-Navigation vom Mod Navigation auf das neue Mod Navigation Accessible. Und wenn du dich dann im Frontend bewegst, dann siehst du, dann gibt es hier eine Navigation, die komplett mit Tastatur bedienbar ist, die automatisch ein Dropdown-Menü hat, das du ebenfalls per Tastatur bedienen kannst. Damit aber noch nicht genug. Es kommt automatisch auch noch eine mobile Version mit. Das heißt, du hast hier einen klassischen Hamburger mit dementsprechend einer Navigation. Auch hier ist es so, dass du das Ganze per Tastatur bedienen kannst. Also diese Navigation lässt keine Wünsche offen. Und damit sich die Navigation auch noch perfekt an dein Design anpassen lässt, wird das Ganze so flexibel in Form von CSS-Properties umgesetzt. Das heißt, es reicht, wenn du einfach diese Variablen in deinem CSS überschreibst und schon hast du eine Navigation, die perfekt an dein Design angepasst ist. Um die Tastatur-Navigation im Backend zu verbessern, gibt es auch hier jetzt einen zum Inhalt springen Navigationspunkt, der eben die Bedienung mit der Tastatur vereinfacht. Neben den Verbesserungen bei der Barrierefreiheit gibt es auch wieder in der Benutzer- und Bedienerführung einige Verbesserungen. Das neu eingeführte Kontextmenü, das es bereits seit Contao 5.5 gibt, hat nun zahlreiche Verbesserungen bekommen. Zum einen ist das Menü nun wesentlich übersichtlicher, das heißt, es gibt hier nicht mehr diese langen Bezeichnungen mit ID, sondern das Ganze ist jetzt kurz und knapp gehalten. Außerdem werden die einzelnen Bereiche durch sogenannte Trenner abgeteilt, so dass das Ganze einfach übersichtlich bleibt. Neu ist auch, dass es hier im Bereich der globalen Operationen ein Kontextmenü gibt, das heißt, die wichtigsten Optionen sind so fortzusehen und weitere Optionen lassen sich dann über die drei Pünktchen öffnen. Natürlich gab es auch wieder zu den wirklich großen Features zahlreiche kleine Verbesserungen, von denen dir hier auch noch ein paar kurz vorstellen möchte. Wenn du zum Beispiel hier bei den Vorschau-Links das Ganze in die Zwischenablage kopierst, dann bekommst du hier jetzt ein visuelles Feedback. Bei der Mehrre-Bearbeiten-Funktion gibt es auch eine Neuerung, und zwar wurden hier Sprungelemente eingefügt, so kannst du beim Mehrre-Bearbeiten direkt zu den einzelnen Elementen springen und diese direkt bearbeiten. Bei den Bildern und Metadaten hat sich ebenfalls etwas verändert. Hier gibt es nun die Möglichkeit, den Insert-Tag empty zu verwenden, wenn du aus der Datenbank gespeicherte Metadaten komplett bei diesem Feld entfangen möchtest. Bei der Verwaltung der Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt es nun die Möglichkeit, das Ganze erneut zu bearbeiten. Dazu klickst du einfach nur auf den Bearbeiten-Stift und kannst dementsprechend deine Änderungen durchführen. Neu ist jetzt, dass du beim Ausführen des Befehl Contao Backup Restore dein entsprechendes Backup einfach ganz bequem aus der Liste auswählen kannst und dir so nicht mehr umständlich die entsprechenden Namen merken musst. Neben den gezeigten Neuerungen für Anwender gibt es natürlich auch zahlreiche Verbesserungen für Entwickler und es wird natürlich auch wieder jede Menge Bug-Fixes behoben. Eine komplette Liste mit allen Änderungen findest du wie gewohnt im Change-Log von Contao 5.6. Ich wünsche dir nun viel Spaß mit den neuen Funktionen von Contao 5.6 und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen.